und herzlich willkommen heute teste ich mal also heute nacht habe ich getestet eine neue geschmacksrichtung und zwar menthol von der firma german flavors und das ganze nicht neun sondern sechs umdrehungen also sechs miligramm nikotin und zeige ich euch mal dampfentwicklung zum geschmack sage ich natürlich auch gleich was einfach dass man erstmal lkw vorbeifahren hat eine richtig dicke dampfentwicklung hat mich sehr überrascht ich habe eigentlich gedacht bei menthol wird es weniger das dampft aber ganz schön auch auf lunge macht so einen guten dampf wie gesagt das ist menthol und ich finde es schmeckt ganz genau wie die mentholzigaretten damals haargenau nur halt weniger nach tabak ziemlich gut ziemlich gut ja wenn man auf menthol steht das german flavors menthol ist super geil also bis dann